Und daher sagen wir, das ist ein Meinungsunterschied unter den Gelehrten, muss man die Gebete nachholen aus der früheren Zeit, wenn man lange Zeit nicht gebetet hat, Antwort nach der richtigen Ansicht nein. Denn man muss bereuen, weil man diese Gebete absichtlich verlassen hat. Es geht ja nicht darum, dass man sie verschlafen hat oder sie vergessen hat, sondern man hat sie was absichtlich unterlassen. Und hier ist wichtig, dass man bereuen muss und so viele gute Taten wie möglich machen sollte, freiwillige Taten.